Die pure pure rote Bestie. Mighty Guy öffnet alle inneren Tore, wenn ich mir Irrwands acht an der Zahl. Bin ich sehr gespannt drauf. Guy ist hier? Jetzt, Kakashi. Wo ist Naruto? Er war hier hier, nicht wahr? Ja, Naruto ist tot. Naruto ist jetzt in einem anderen Ort geholfen. Jetzt, bis Naruto hier zurückkommt, hierher, wir brauchen so viel Zeit wie wir können. Listen up, Guy. Jetzt, ich nehme das. Von hierher aus, die Blübeest wird mitgebracht. Du hast spirit, ich gebe dir das. Aber das ist alles, was du hast. Woaah! Was ist der Weg, Herr Kassi? Ich kann nicht sagen, dass du eigentlich in der Drossel-Drossel-Drossel-Drossel-Drossel-Drossel-Drossel-Drossel-Drossel-Drossel. If that's where my path leads, then I'll keep charging first. Even if it's into the jobs of death. That's what kind of man Mike Guy is. Scheiße, ich dachte nicht. Hör mal auf. Hör mal stehen, Mensch. Endlich. Geil, du musst so langsam. Geil, du musst so langsam. Ich kann nicht ausweichen. Ich kann nicht ausweichen. Vergesst bitte nicht gegenwöhnlich hier gerade Gämpfe. Das ist Madara. Oh, es gibt so gern hier. Oh, es gibt so gern hier. Madara hat uns gerade nichts entgegenzusetzen. Jetzt hab ich ihn. Ja, perfekt. Hä? Was hat nicht so wie es ist, wenn ich die Gämpfe? Boah, verdammt Nein Ich würde gerne das Erwachen aktivieren, aber ich komme gerade nicht dazu Er lässt mich nicht Jetzt Wie schnell ich bin Mann Geil Er läuft in die falsche Richtung Oh, verdammt Ich habe es doch noch geschafft Oh, Gott sei Dank Ich war schon wieder ganz aufgeregt Ah Dieses Erwachen, der Modus, der ist echt gut Mikey Guy ist niemals fertig Er hat die Kraft der Jugend Vielleicht ist er doch fertig Nein Leigh Das war so close Erwachen, du kannst ein bisschen Aber es wird nicht funktioniert mit mir Was wird es? Ich weiß nicht, dass du jetzt nicht aus der Möglichkeit bist. Wenn der aktuellen Me ist aus der Möglichkeit, dann muss ich nur das nächste Me geben. Was spricht er? Es ist Zeit für den nobelen Leifen Blüten zu sagen Tschüss. Und sich in den Krimzenbeest. Gai-Sensei, du wirst nicht die Gate der Todes. Nein, du kannst das nicht. Niemand will dich so weit gehen. Es wird dann deine Leben nehmen. Nein. Das ist das, was ich will. Gai-Sensei! Ist das wirklich Zeit gekommen, Gai-Sensei? Remember, du hast es mir bereits gezeigt. Was? Gai-Sensei! Bitte, bitte, meine Damen und Herren! Ich werde meine Ninja-Waste brillen, einmal und für alle! Meine Mutter hat mir diesen starken Körper gegeben, und mein Vater hat mir die Flamme der Mühre gegeben. Ich habe die Schmerz des meiner Freunde bekommen. Also, ich habe die Möglichkeit, die in der Hand zu retten, die ich von dir schütze, von dir. Du hast ja keine Ahnung, mit wem du es zu tun hast. Und schon wieder habe ich ne Gänsehaut. Du hast ja keine Gänsehaut. Du hast ja keine Gänsehaut. Komm raus da, Madara! Der hat Angst vor mir! Du hast ja keine Gänsehaut. 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 Guck mal, was er für einen Schiss hat. Muss ich in der Kugel verstecken. Guck mal, was er? Perish first. Either way this will be a final battle. Enjoy this battle, until you kill on your control. Der Sound, der Sound dazu, die Arme. Da komm schon her, Madara. Ich werde das nicht sagen. 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 Ich habe nie gedacht, dass jemand so stark als du. Ich habe nie gedacht, dass jemand so stark als du. Mighty guy hinterlässt sogar die Fußabdrücke. Haha. Weil... Ich würde ganz gerne kurz ausprobieren, ob guy noch ein Special Attack hat. Willst du escape? Willst du escape? Ich glaube, er hat gar keine jetzt. Ich kann gerade mich nicht bewegen. Ich kann gerade mich nicht bewegen. Ich komme mich gerade nicht bewegen. Jetzt geht sie wieder. Was war das denn gerade? Was für fiesen Tricks kämpft Madara hier, dass mein Gamepad nicht mehr geht. Ich bin jetzt mal. Ich bin jetzt auf der einen Fall. Ich bin jetzt auf der Fall. Ich bin jetzt auf der Fall. Ich bin jetzt auf der Fall. Es ist ein Zeichen. You can't get away. You can still dance some more, right? Damit hast du dich geeignet, was? Komm schon geil, halte durch. Halte durch. Ach. Oh nein. I don't think. I don't know. I don't know. I don't know. I don't know. Oh nein, geil. I don't know. Aber das mit Guy. Die Verwandlung und so. Total geil. Okay. I withstood it. This victory is mine. Ich hoffe, Guy ist nicht wirklich tot. Das sieht ziemlich verkult aus. Was? Was ist das? Warte mal. Ja, lebendig sieht er nicht aus. Really? Lee. Hurry up and take Guy to the medical team. Yes, sir. Someone saved Guy. Someone saved Guy. But who? There aren't many people who can make me feel even the inkling of a threat. That's why. I was easily able to notice you. Over and over. How many times do you need to hint at me before you are satisfied? Naruto Uzumaki. Naruto is schlimmer als Fußpilz. Er geht nicht so einfach weg. Und vor wen... Vor wen ist Naruto nur getreten? Das passiert immer noch nicht. Werden wir es noch erfahren? Guy. Großer Ninja Krieg. Neue Charakter freigeschaltet. Boah, der Kampf war so Hammer ey. Der war so Hammer. Der letzte Kampf beginnt. Der Wind heult. Der Donner grollt. Auf geht's. Tempest. Dreselus. Benutzt. Dreselus. Cosmas.